Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Serie im Bereich Web Development auf meinem Kanal und zwar geht es dieses Mal um jQuery. jQuery ist eine Bibliothek für JavaScript sozusagen, das heißt ihr müsst nicht mal direkt JavaScript schreiben, sondern mit jQuery könnt ihr JavaScript sozusagen leichter benutzen. Das heißt es ist eine Bibliothek, die euch das ganze Arbeiten mit JavaScript ein bisschen leichter machen möchte. Und das kann sie auch tatsächlich sehr gut, also jQuery ist wirklich weit verbreitet, eigentlich fast jede Webseite benutzt jQuery. Und ja, was ihr dazu braucht ist einfach nur eine JavaScript Bibliothek in euren Kopf einzubinden. Das heißt, wenn ihr HTML und CSS noch nicht könnt, dann solltet ihr vielleicht zuerst mal kurz zumindest in diese beiden Serien reingucken bei mir auf dem Kanal. Ich verlinke die natürlich wieder hier bei mir in den Infokarten. Ansonsten, ihr müsst nicht mal JavaScript können, um dieser Serie folgen zu können. Also jQuery hat tatsächlich seine eigene Syntax, basiert aber auf JavaScript. Das heißt, es ergänzt sich einfach super mega geil. Also wenn ihr jQuery könnt und JavaScript, dann könnt ihr wirklich sehr, sehr viel und sehr, sehr leicht alles machen. Okay, also was wir als erstes brauchen, ist hier oben sozusagen in dem Header von unserer ganzen Seite das Script einzubinden. Und was wir dazu tun, ist, wir machen einfach ein Script, Type ist gleich Application JavaScript. Und jetzt sagen wir, Source ist gleich und hier kommt jetzt einfach ein Link rein. Das Tolle ist nämlich, das hier brauchen wir eigentlich nicht mal unbedingt, also das kann man reinschreiben, muss man aber nicht. Wir machen es jetzt ein bisschen schlanker. Das ist das Tolle, nämlich ihr müsst das Ding nicht mal selber bei euch hosten sozusagen. Also ihr müsst es nicht runterladen, installieren und alles, sondern ihr könnt es einfach so benutzen, wie es hier ist. Ihr bindet sozusagen ein JavaScript von in dem Fall Google ein, weil hier Google API steht. Also im Prinzip hostet Google das für euch und ihr ladet es euch einfach quasi kurz auf eure Website oder mit eurer Website. Vielleicht ladet ihr das eurem Benutzer, also dem, der die Webseite später anguckt, mit runter und schon läuft das Ganze. Das ist natürlich nicht unbedingt immer die feinste Art, wenn man das von Google jetzt benutzt. Manchmal möchte man vielleicht alles selbst hosten und dazu gibt es dann natürlich auch eine Download-Version davon, die einfach mal nach jQuery googeln und dann findet ihr auch da die Download-Version. Wir werden jetzt hier aber im Folgenden einfach das Ding hier oben einbinden und schon könnt ihr jQuery benutzen. Wir benutzen aktuell die Version 3.1.1. Die wird sich immer mal wieder vielleicht ein bisschen ändern, aber da passiert nichts Gravierendes, weil das Ding ist einfach super, so wie es jetzt gerade ist. Okay, und jetzt können wir unser erstes jQuery-Script schreiben sozusagen. Und was wir dazu tun ist, wir wollen, keine Ahnung, was wollen wir denn? Okay, wir erstellen uns erstmal kurz hier einen Paragrafen, damit wir überhaupt irgendwas sehen können. Und, ups, doch nicht in dem JavaScript drin, sorry. Wir machen das natürlich hier draußen und sagen, dies ist ein Paragraf. Okay, wundert euch übrigens nicht über den Namen. Ich benutze einfach mal wieder eine, naja, sozusagen alte Webseite aus einem vorigen Video. Da ging es um SQL-Injection, aber dieses Mal machen wir natürlich jQuery. Also nicht wundern über den Namen, ich passe die nur selten an. Okay, so, das ist jetzt einfach stinknormaler Paragraf hier, der ist eigentlich nicht wirklich besonders. Wir können uns das angucken und es passiert nicht wirklich irgendwas Besonderes. Was wir jetzt aber machen können, ist, wir können hier drin jQuery benutzen. Und das tun wir, indem wir erstmal ein Dollar-Document, was das alles bedeutet, werden wir alles klären. Ihr könnt aber einfach schon mal folgen und dann passt das alles. Okay, Dollar-Document.ready, Function. So, und jetzt schreiben wir hier drin wieder eine Funktion. Das sieht erstmal unglaublich kompliziert aus, aber wenn man mal verstanden hat, wie die Syntax von jQuery ist eigentlich, dann ist es wirklich extrem leicht. So, Dollar-P.click. Da rein schreiben wir wieder was, und zwar eine Function. Ihr seht, also diese Functions, die sind wirklich sehr typisch davon. Und dann sagen wir hier drin einfach Dollar von this.hide. Klammer, Klammer. So, nicht wundern, das Ganze wird uns jetzt nicht richtig angezeigt. Also, es wird als falsch angezeigt. Das liegt einfach daran, dass wir hier in unserem Editor, das übrigens ein PHP-Storm ist, dieser Editor hat jetzt nicht nativ eine jQuery-Syntax eingebaut. Kann man aber, glaube ich, soweit ich weiß, kann man das machen. Aber das brauchen wir jetzt hier in dem Fall auf jeden Fall nicht. Was wir jetzt einfach machen können, ist, wenn ich das Ding hier jetzt nochmal aktualisiere und auf diesen Paragraphen draufklickt, dann verschwindet er plötzlich. Ist das nicht toll? Naja, so toll ist es jetzt vielleicht nicht unbedingt. Aber wir haben auf jeden Fall was gemacht hier, was wirklich toll ist. Und so könnt ihr, also jQuery ist für Animationen und so weiter super gut. Und ja, mit diesen Dingern könnt ihr so ziemlich alles machen. Wir werden jetzt im Folgenden da durchgehen und ich werde euch erklären, was das alles hier bedeutet. Also dieses Document, dieses Dollar, Ready, Function, Click, Hide, bla bla bla. Aber wir werden ganz langsam anfangen und ja, dann immer weiter vorgehen. Okay, ich hoffe, es hat euch erstmal gefallen, so als Einleitung. Vielleicht habt ihr schon eine Ahnung, was die Sachen hier bedeuten und ihr könnt schon ein bisschen damit rumspielen, aber muss natürlich nicht sein. Und ihr könnt einfach auf das nächste Video warten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Und vergesst nicht zu teilen, zu liken und mir einen Kommentar zu schreiben, wenn euch irgendwas gefehlt hat oder auch, wenn es euch einfach nur gut gefallen hat. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.